Tourist-Tea-Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort. Auf ne Tasse Tee mit Mommel Wüstenberg, hier im Rahmen der Börler in Börm. Richtig? Richtig. Richtig. Wir sind hier zusammengekommen, um einmal über dich, über deine Family zu sprechen, um über die Börler zu sprechen und zu erfahren, wer eigentlich oder was eigentlich Wüstenberg ist. Viele kennen die Firma Wüstenberg, kennen den Namen Wüstenberg. Das liegt sicherlich an deinem Opa, das liegt an deinem Papa, das liegt an deiner Schwester, das liegt an dir, das liegt an eurer ganzen Familie, an dem ganzen Unternehmen. Und wir wollen mal erfahren, was das eigentlich auf sich hat. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir in meinem TTTT-Mobil sitzt. Ja, moin moin. Ich freue mich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen, hier in deinem Wohnmobil. Jawohl. Also es ist auf jeden Fall schon mal komfortabel. Ist es. Die Heizung könnte noch angemacht werden. Muss mir zeigen, wie das geht. Ja, genau. Das machen wir danach. Das machen wir danach. Du bist ja Wohnmobil erprobt. Ich kann auch sagen, herzlich willkommen zurück. Ja, vielen Dank. Du kommst gerade von einer Erkundungsreise, sag ich mal, zurück. Ja. Hast dir die noch etwas schöneren Fleckchen der Erde angeguckt. Genau. Ich war mit meiner Freundin, jetzt Verlobten. Dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, neun Wochen einmal um die Welt tatsächlich und sind angefangen in Neuseeland und dann wieder von der USA zurück nach Deutschland geflogen und haben viele Eindrücke gesammelt. Wir haben viele Kulturen kennengelernt, viele Menschen kennengelernt und auch wieder festgestellt, wie gut wir das in Deutschland haben. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste häufig bei so Reisen, wahrzunehmen und zu erkennen, wie gut wir es hier haben. Ja. Thema Infrastruktur, Thema Gesellschaft, Thema Geld auch. Ja, oder Gesundheitssystem, Sicherheit. Klar, unser Gesundheitssystem, damit wollen wir heute nicht anfangen, aber das wurde sicherlich auch oftmals kritisiert. Aber in Amerika gibt es das überhaupt nicht und die gehen teilweise nicht zum Arzt, weil es zu teuer ist. Weil sie es nicht können. Genau. Sie müssten dringend. Guckst du dir das Gebiss an, offene Wunden an, irgendwas. Die können nicht. Ja, und jedes Mal, wenn man erzählt, dass man aus Deutschland kommt oder wie auch immer, kommt sofort eine positive Reaktion. Oh wow, und ich habe Bekannte und wir waren in Deutschland. Und kommt immer wirklich eine so positive Reaktion, dass man eigentlich dann wirklich sehr stolz ist, aus Deutschland zu kommen und man auch merkt, in welchem Wohlstand wir leben. Total. Und das wird einem auch nochmal auf so einer Reise bewusst. Auch, ja, teilweise wie, ja, wie eng, arm und reich teilweise auch beieinander ist in großen Städten. Ähm, wir sprachen da auch schon drüber, in San Francisco oder Los Angeles, man stellt sich das immer alles so toll vor und da leben die ganzen Stars und. Tun sie auch irgendwo. Tun sie auch, aber, ja, leider ist das da alles sehr nah beieinander und das hat man jetzt mal gesehen. Das sieht man halt in den Hollywood-Filmen nicht oder in den Reportagen nicht unbedingt, was da eigentlich los ist. Nicht permanent, es hat auch seine wunderschönen Ecken, aber trotzdem, die Armut ist ganz nah drin. Eine kurze Anekdote. Ja, bitte. Ähm, es war nicht geplant, aber wir standen auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung, aber nicht am Sonntag, sondern am Mittwoch. Ja. Und, äh, das war cool. Also, einfach gesehen und war noch in Folie gepackt. Haben wir mitgenommen. Haben wir mitgenommen. Wir standen auf dem roten Teppich. Also auch dieses Ziel auf der Bucketlist abgehakt. Ja, wir haben viele Häkchen gemacht. Ja, viele Häkchen. Was habt ihr nicht abhaken können? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also. Ihr habt euch ja bestimmt einiges vorgenommen in diesen neun Wochen. Ja. Habt Vulkane gesehen. Ja, eigentlich haben wir alles gesehen. Wir haben jedes Wetter mitgenommen. Wir haben eine Wüste gesehen. Wir haben Gletscher gesehen. Ja, tolle Landschaften, Fjorde. Kann man alles in Neuseeland, ne? Fjorde, Wüsten, Berge, Seen. Ja, Wüste eigentlich nicht. Nee, das nicht. Also, ich sagte zu meiner Verlobnet, äh, die Wüste fehlt in Neuseeland. Sonst kann man alles sehen. Also, wir, ja. Auch, echt eng an eng wieder, ne? Ja. Du hast wirklich, blickst irgendwo hin und hast das alles beieinander. Ja, also traumhaft schön. Wer, äh, ja, die Möglichkeit hat, ich kann da nur appellieren, macht es. Ja. Ja, kann ich auch nur tun. Es hilft einem auch in der Entwicklung, auch in der Wahrnehmung und auch in dem Thema. Und da kommen wir wieder darauf zurück, wie gut wir es hier haben. Richtig. Ja. Und wie gern wir einfach am Jammern sind. Und ich kann nur sagen, wir sind natürlich auch eine Arbeiter-Nation und ich freue mich, nach neun Wochen Auszeit auch wieder zurück zu sein. Das war ja auch Hintergrund auch der Reise, weil für dich startet jetzt möglicherweise auch ein ganz wichtiges Kapitel in deinem Leben. Auf jeden Fall. Was denn? Es wird ernster, würde ich sagen. Ja, ich werde bald 29 am Sonntag und nächstes Jahr eben 30. Wurde so die Börler gelegt, dass die Börler vorbei, achso, deshalb ist die nicht am Sonntag, weil du da Geburtstag hast. Ja, teilweise habe ich natürlich auch auf einem Börler Geburtstag. Letztes Jahr war das so und ich weiß nicht, wer das geplant hat. Ist auch egal. Nein. Also das zeigt, ich lebe die Firma. Nächstes Jahr haben wir das 100-jährige Jubiläum und zeitgleich natürlich auch mein 30. Geburtstag. Das fühlt sich irgendwie schön und besonders an. Passend. Ja. Es scheint alles geplant zu sein. Ja, irgendwie schon. Ja, genau. Geplant bei euch. Irgendwie schon. Ja. Wir sitzen heute Freitag, zwei Tage vor deinem Geburtstag und zwei Tage nach deiner Rückkehr sozusagen. Richtig. Wir hatten ja gehofft, du nimmst ein bisschen australisches, neuseeländisches Wetter mit. Ja. Das hat nicht funktioniert, aber du bist jetzt wirklich wieder direkt back to reality gekommen. Genau. Mit voller Energie, Motivation. Hält die Motivation jetzt noch an bei sieben Grad und Nieselring? Ja, also auf dem Hinweg dieses Graue, das haben wir nicht so vermisst. Tatsächlich. Ja. Aber ja. Ja, jetzt ist einfach schön, wieder da zu sein, alle zu sehen. Mein Vater hat es heute Morgen auch gesagt, dass er irgendwie mit sehr viel Stolz da steht, wenn am Vorabend die Pizzakartons auf den Tisch kommen und alle haben irgendwie alles fertiggestellt für die Messe und das ist halt Teamwork. Und da ist er auch unheimlich stolz drauf, dass in so einem Unternehmen hat man so viele Menschen und so viele unterschiedliche Charaktere. Ja. Und wenn dann alle in dieser intensiven Woche, wo es finalisiert wird, also wir fangen mit der Börler natürlich schon sehr, sehr früh an, Anfang des Jahres alles zu planen. Ich muss mich auch outen jetzt hier. Börler habe ich von dir das allererste Mal gehört, nämlich vor drei Monaten, als wir uns für den Podcast verabredet haben. Vorher war das mir kein Begriff. Ja. Dann müssen wir noch mehr Werbung machen. Möglich. Offensichtlich. Aber ich bin nicht Zielgruppe für die Börler. Nee. Also ist vielleicht die Werbung gar nicht so verkehrt, wenn ich sie nicht bekomme, weil ich habe ja mit Landwirtschaft, Landtechnik gar nicht so viel am Hut. Wahrscheinlich viele andere, die auch zuschauen jetzt nicht direkt, die auch nicht wissen, was ist eigentlich die Börler und was ist Wüstenberg Landtechnik. Lass mal damit anfangen. Was macht Wüstenberg eigentlich? Ja, vielleicht nochmal vorne weg. Wir wollen aber auch die Zielgruppe, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun hat. Damit wir auch auf unserer Messe Aufklärung betreiben können, weil viele ja teilweise gar nicht wissen, was wir in Deutschland mit der Landwirtschaft eigentlich auch leisten. Ich weiß nicht, ob du das im Fernaustralien und Neuseeland mitbekommen hast, was Anfang des Jahres hier los war auf den Straßen. Doch, doch. Das habe ich mitbekommen. Und das war auch genau richtig so. Das haben wir auch unterstützt. Weiß ich. Weil wir eben dahinter stehen. Gerade jetzt ist es ja wichtig, auch diese besagte Aufklärung zu leisten. Genau. Und ja, was ist Wüstenberg? Also wir sind ein Landtechnikunternehmen, jetzt bald 100 Jahre alt, gestartet als großes Lohnunternehmen. Alles hier in Börm entstanden aus einer Hufschmiede. Ich frage jetzt ganz naiv rein, was heißt Lohnunternehmen? Lohnunternehmen, wir haben... Wir sagten das ja mal, Lohner hier und so weiter. Aber was heißt das eigentlich? Wir hatten mehrere selbstfahrende Mähdrescher und es gab zu der Zeit noch nicht viele selbstfahrende Mähdrescher und nicht jeder Landwirt konnte sich so eine teure Maschine leisten. Und das gibt es halt auch eben heute noch, dass auf Lohn ein anderes Unternehmen für dich deine Arbeit macht und leistet und du eben dieses andere Unternehmen bezahlst dafür und musst dir nicht eine teure Maschine kaufen, die sowieso nur für drei Wochen oder vier Wochen genutzt wird, zum Beispiel bei einem Mähdrescher. Ja, okay, gut. Genau. Und ja, dann hat mein Großvater erkannt mit diesem großen Lohnunternehmen eben die Entwicklung der Landwirtschaft, dass die Landwirte die Maschinen zeitnah selbst brauchen, also nicht nur Mähdrescher, sondern alle Maschinen. Und dann haben wir uns von einem Lohnunternehmen zu einem Landtechnikunternehmen, also zu einer klassischen Handelsorganisation umstrukturiert oder verändert. Genau. Und dann hat mein Großvater und auch meine Großmutter, also meine Oma und Opa, haben ziemlich viel Gas gegeben hier aus Börm. Deine Oma möchte ich by the way grüßen. Denn, wie ich hörte... Die andere, die andere, die andere, die andere, die möchte ich auch grüßen. Ja. Ja, das ist nett. Das werde ich ihr auch vorspielen, weil die hat mir mal gesagt, den Tore, den höre ich immer. Eben, das hat man mir auch schon mal gesagt. Ja. Ja. Ganz liebe Grüße. Ja, das ist cool. Genau, also die haben ziemlich viel Gas gegeben, also die beiden Wüstenberger und sind dann natürlich auch nach der Wende, nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen und haben da dann auch gegründet. Viel Land, viel Fläche in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und so ist es eben alles entstanden. Und heute sind wir ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, acht Standorten, bald neun. Also wir eröffnen jetzt noch einen weiteren Standort in Mecklenburg-Vorpommern, in Lüps. Kennt man vielleicht vom Bier, Lüpser Bier. Ja. Und ja, da freue ich mich auch persönlich ganz stark drauf. Du bist ja viel in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, ne? Genau, ja. Ich lebe in Rostock aktuell. Also ich lebe mit meiner Freundin fast drei Jahre jetzt schon in Mecklenburg-Vorpommern. Das war so die Entscheidung. Ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also. Ja, du bist Freund von Rostock, ne? Sagtest du schon. Ja, auf jeden Fall. Klar, am Anfang, wenn man Familie, Freunde verlässt, so diese Komfortzone, das ist eine Umstellung. Und auch sicherlich nicht so einfach, ja, mit Ende 20 nochmal wieder neue Freundeskreise aufzubauen. Aber das haben wir irgendwie teilweise hinbekommen. Und ja, irgendwo ist man irgendwann zufrieden und kann das Leben da natürlich auch genießen. Und ja, wir leben in Rostock, wir leben nah an der Küste und wir sind Küstenmenschen. Das war das Wichtigste. Ne, und was ich sagen wollte, das freut mich mit Lüps, das eben auch noch begleiten zu dürfen. Wie baut man einen neuen Standort auf? Also wir bauen den nicht neu. Also die Immobilien sind da, aber trotzdem braucht man das Personal und das muss gut anlaufen. Und genau, also Landtechnikunternehmen, wir machen eben fast alles, würde ich sagen. Also wir machen den Verkauf von Landmaschinen. Wir machen den Service. Wir verkaufen Ersatzteile, wenn irgendwas kaputt geht. Mittlerweile geht es in Precision Farming, das heißt Autonomie. Wir beschäftigen uns schon mit Robotik. Auch interessant haben wir hier auch auf der Messe ausgestellt. Fahrzeuge, die wirklich hier komplett eigenständig fahren. Und ja, das sind so die Themen, die uns bewegen. Und ich bin jetzt die vierte Generation und darf die Trends mit aufnehmen, Herausforderungen mit aufgreifen, mit reinwachsen in das Unternehmen. Deswegen auch die Entscheidung, am Anfang nach Mecklenburg-Vorpommern zu gehen, um auch dort die Mentalität, die Kunden, die Standorte, alles kennenzulernen. Und ich meine, Heimat ist Heimat. Man bleibt der Heimat verbunden. Also der Großteil eurer Kundschaft sind auch Landwirte. Ja, Landwirte und Lohnunternehmen, ja. Und das meiste Geld wird mit Service gemacht oder wird das mit dem Verkauf gemacht? Wo verdient Wüstenberg primär dran? Also vom Verhältnis her ist das schon über den Verkauf und dann kommt aber auch schnell der Service. Ja, Wartung und so weiter, ne? Ja, genau. Also mittlerweile... Was verkauft ihr denn hier? Von bis? Also wirklich? Ich war eben im Laden drin. Also wirklich Kleinstteile bis hin zu den großen Maschinen? Ja. Was ist so das Größte, was ihr direkt verkauft? Ich meine, das ist ja immer mit Partnern irgendwie zusammen, ne? Genau. Also wir haben unsere Lieferanten. Genau. Und bilden eben als Handelspartner den Service- und Bevorratung ab und eben auch die Servicekräfte vor Ort dauerhaft. Und das ist eben auch ein Thema. Wir arbeiten sehr saisonal und teilweise auch 24 Stunden. So, also wenn eine Maschine ausfällt und abrufbereit sein, ne? Dann muss einer rausfahren und helfen. So, und das sind teilweise Maschinen, das hast du eben gesagt. Ja. Die kosten eine halbe Million. Ja. Und da reden wir von einem Häcksler. Ja. So, da sind auch, ja, sehr kurze Erntefenster mit sehr viel Druck, sehr viel Zeitdruck. Da muss alles funktionieren und, ja, die Kunden werden größer, die Ansprüche werden größer, der Druck wird größer auch für uns. Und, ja, da versuchen wir uns ganz gut aufzustellen für die Zukunft in Norddeutschland. Ja. Und da gibt es viele Themen, worüber wir reden können, aber zum Beispiel beschäftigen wir uns mit Wartungsverträgen, ist was Neues, dass sie nicht, dass Kunden nicht nur eine Maschine kaufen, sondern auch einen Wartungsvertrag. So, also kalkulierbare Wartungen, die wir mitverkaufen, was kostet jetzt auch diese Maschine im Jahr inklusive Wartung. Mhm. Ja. 300 Leute habt ihr jetzt circa ungefähr, nächstes Jahr werdet ihr 100 Jahre alt. Ja. Was ist im nächsten Jahr geplant, 100 Jahre? Wird man ja nicht so oft. Erstmal wollen wir richtig schön feiern. Ja. Also wir werden, ja, im Mai eine sehr große Feier machen in der Messehalle in Husum. Ja. Wir sind da schon sehr lange in den Vorbereitungen. Ja, mein Vater und sowieso unsere Familie, wir mögen auch gerne mal feiern. Das ist auch nicht verkehrt. Da haben wir gesagt, 100 Jahre ist was sehr Besonderes. Wer darf das, 100 Jahre in ein Unternehmen zu feiern? Ein Familienunternehmen, ne? Genau. Was aber in Familienhand geliebend ist und auch offensichtlich bleiben wird. Ja. Schon toll. Genau. Und das wollen wir auch dann Gebühren feiern. Und einmal im Jahr kommt ihr hier auch in Börm. Wir sind im Kreis Schleswig-Flensburg, richtig? Ja. Das ist ein kleines Dorf. Als ich hier, hier habe ich so ein bisschen so einen Wacken-Vibe irgendwie gespürt. Ein kleines Dorf, was vollkommen in Börla, in Wüstenberg irgendwie gefärbt ist. Ja, man könnte jetzt sagen Nevada, wenn man das von einer Reise aufgreifen möchte. Ja, aber du würdest das wahrscheinlich eher, genau. Ist schon... Ne, genau. Das nächste wäre Kropp und Schleswig. Also ist ja wirklich, und das ist nicht despektierlich gemeint, ein kleines Dorf. Ja, genau. Und ist hier das Headquarter von... Es ist der Hauptstandort, es ist der größte Standort, weil eben auch hier die Hubschmiede war. Und hier sieht man auch... Hier startete alles. Hier ist alles gestartet. Und hier sieht man auch klassischerweise den Fuchsbau eines Landtechnikhändlers. Also man wurde größer und hat immer mal wieder angebaut. Und das sieht man, wenn man mit einer Drohne fliegt oder mit einem Helikopter. Teilweise haben wir auf der Börla auch Helikopterrundflüge angeboten. Vielleicht wieder nächstes Jahr. Aber da sieht man ganz schön, wie wir immer angebaut haben und immer größer geworden sind. Also das ist eine zweitägige Messe, die hier veranstaltet, wo jeder kommen darf. Ich habe nirgends Eintritt zahlen müssen. Ne, genau. Habe ich das übersehen oder ich wurde übersehen? Ne, also jeder kann kommen. Freier Eintritt und wir halten das hier relativ unkompliziert und ganz locker. Es gibt eigentlich alles, was man an Essen sucht oder haben möchte. Ich hatte einen Crêpe zum Frühstück. Genau, Eiscrepe. Dann Mandeln und die klassische Mandaplatte, Currywurst, Pommes und alles gut. Kaffee, alles mögliche. Und das macht ihr, weshalb? Ist das einfach, um ein bisschen auch in der Region für sich zu werben, ein bisschen mehr Aufklärung zu leisten? Genau. Was ist der Hintergrund dieser Börla-Messe? Wir machen das ganz klar für die Kunden. Austausch? Genau, also es ist ja für uns das Größte, wenn zu uns Kunden kommen und wir die Bestätigung bekommen, dass wir die Arbeit richtig machen und wir leben vom Verkauf. Wenn wir nicht verkaufen, können wir keinen Service oder keine Ersatzteile verkaufen. Also wir leben eben vom Landmaschinenhandel. Das ist nun mal so. Auch wenn sich das vielleicht in Zukunft ein bisschen verändern wird. Aber da sind wir gut drauf vorbereitet. Wir machen das für die Kunden. Mit den Kunden in Kontakt kommen, Netzwerken. Es ist so herrlich. Also sich mal wieder zu sehen. Teilweise sieht man sich lange nicht. Und dann einfach mal wieder hören, wie es einem geht. Was sind die... Was liegt da noch auf der Seele? Was man vielleicht noch nicht gehört hat. Wie viele Menschen hier kommen, so am Wochenende? Ich bin hinten rübergekrippt, als ich das gehört habe. Ich bin Börm und so eine kleine Messe. Hier sind ja ein paar tausend Leute. Wir stehen hier vorne nicht mit so einem Zähler. Das müssten wir mal machen. Aber wir sagen immer auf der Börla, dass wir um und bei 10.000 Besucher bekommen über zwei Tage. Nochmal diesen Wacken-Vergleich zu machen. In Wacken freuen sich alle, wenn das Festival ist. Wie ist das hier? Sind die happy, dass Wüstenberg wieder 10.000 Leute ins Dorf holt? Ich glaube, das stört hier keinen. Ich glaube, eher im Gegenteil. Also hier ist jetzt mal was los. Hier ist was los. Ja, und ich meine, von den 10.000 Besuchern sind wahrscheinlich auch 700 Börmerinnen und Börmer dabei, die auch mal rübergehen, weil die sind ja auch mit Wüstenberg gewachsen. Ja, genau. Und sicherlich profitieren noch einige davon, dass hier eine große Firma ist und den Sportverein unterstützt und was auch immer. Ja, ich meine, eine große Firma ist auch immer natürlich ein Wirtschaftsträger, aber auch ein Unterstützer, ein Förderer, ein Arbeitgeber, ein Familienernährer. Und das ist auch ein Thema, was wir natürlich sehr gerne tun. Also immer gerne helfen und da passt es vielleicht, die Stiftung zu erwähnen. Also mein Opa hat eine Wüstenberg-Stiftung errichtet 2001 und wollte eben ein bisschen was zurückgeben, was in seinem Leben passiert ist. Also jemand hatte ihn gefördert, dass er auf eine besondere Schule gekommen ist. Und ja, diese Förderung wollte er irgendwie Menschen auch geben und das hat er dann umgewandelt in einer Stiftung. Und das ist wirklich eine ganz schöne Story. Ich bin da jetzt auch mit meinem Vater zusammen im Vorstand und ja, wir unterstützen da jährlich viele junge Menschen im Studium, die sich bei uns bewerben können. Also kleiner Werbeblock hier von uns. Wir haben da eine eigene Internetseite, die Wüstenberg-Heinz-Wüstenberg-Stiftung, so heißt sie. Und ja, wer die finanziellen Mittel nicht hat, aber gerne irgendwie sich ein Studium ermöglichen möchte, wie auch immer, dann kommen wir ins Spiel und unterstützen teilweise mit ja, 150, 200 oder auch 250 Euro im Monat. Ja, und ermöglichen so jungen Menschen zu Bildung, Sport, also es geht in unterschiedliche Richtungen, aber hauptsächlich ist es der Bildung gewidmet. Das ist auch, wir hatten es ja schon, die Unterschiede aus Amerika, aus anderen Ländern zu Deutschland, ist es ja auch in Deutschland nicht gegeben, dass jeder freien Zugang oder gleichberechtigten Zugang zur Bildung hat. Ja, von daher wichtig. Ja, absolut. Weil nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Ja, mein Opa hatte einen ganz guten Gedanken mit der Stiftung, ja, finanzielle Mittel, die sehr sicher sind, also Land, in diese Stiftung zu packen und dadurch eben, ja, das zu sichern, dass es immer wieder für diese Stiftung Liquidität gibt, junge Menschen zu unterstützen. Und ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn man das weitermachen kann. Und wir haben da auch eine Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo wir dann immer zur Weihnachtsfeier auf der Bühne stehen und dürfen dann nochmal zwei Stipendiade vergeben für die Promovierenden, die dann, ja, ihre Doktorarbeit angehen. Und oftmals mit einer sehr krassen Reise verbunden mit erhöhten Kosten und da springen wir dann auch nochmal wieder ein. Ja, die Landwirtschaft ist im Wandel, auch in der Wahrnehmung, in der Bevölkerung. Anfang des Jahres, die großen Bauernproteste, hat eine Aufmerksamkeit bekommen, wie wahrscheinlich nie zuvor in den letzten Jahren. Bauernproteste, klar, gab es schon immer. Ja. Aber auch diese, ja, dieser Zusammenhalt der Gefühlt und auch die Solidarität gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten war schon gewaltig. Ja. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ihr seid ja, sagtest ja, schon große Unterstützer dieser Proteste gewesen. Wie war da der Zuspruch oder gab es da doch eher Kritik? Also im Großen und Ganzen würde ich auf jeden Fall sagen Zuspruch. Also klar, wenn die Landwirte ihre Arbeit nicht machen können und aufhören, dann können wir auch abschließen. Und wir sind einfach abhängig natürlich auch von der Landwirtschaft, von unseren Kunden und andersrum sind sie abhängig von uns, weil sie uns brauchen als Servicepartner oder als Partner. Und dann ist ganz klar, dass man nicht lange überlegt, das nicht zu unterstützen oder so. Und wir sind dann auch mit Serviceautos mit nach Berlin gefahren und haben da einfach Flagge gezeigt. Warst du mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eigentlich? Bist du, bist ja nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen. Nee, das stimmt. Wirst du denn respektiert, ernst genommen von den Landwirten, wenn da so ein 60-jähriger Landwirt steht, der seit 60 Jahren auf dem Acker ist und du kommst da in deiner Le Deux-Jacke an? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, der Schnack, der macht ja Spaß. Und zum Beispiel Plattdeutsch. Mein Vater spricht mit mir noch heute Plattdeutsch. Also du kannst auch platt. Ich kann auch ein bisschen platt schnacken, aber damit wir ihm ein bisschen obpassen, weil das ist nicht so hundertprozentig perfekt. Weil ich schnack das nicht so oft. Wir wesseln mal, wer das tut. Ja, bitte. Also, ja, nee, das geht. Ich war auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, aber nicht in Deutschland. Das war in Australien. Ja, klassischerweise nach dem Abitur gesagt, ich möchte noch mal ein bisschen was sehen. Ach, Work and Travel auf dem Wohnhof. Ja, genau. Und habe da Mähdrescher gefahren und alles mögliche, Trecker gefahren und habe da Erfahrungen gesammelt, auch mit Maschinen. Und ja, was natürlich auch so in meinem Leben ist. Ich bin, seitdem ich klein bin, jedes Jahr nach Polen, weil ich dort auf einem landwirtschaftlichen Betrieb war und habe da auch viele Erfahrungen gesammelt. Was sammelt man in Polen auf dem Bauernhof für Erfahrungen? Ja, meine Opa ist nicht nur nach Mecklenburg gefahren, sondern halt auch über die Grenze. Er ist ja nach Europa. Und durch irgendwelche Zufälle ist er dann nach Polen gekommen. Okay. So, und das haben wir heute auch immer noch, also einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ja. Und da bin ich auch jedes Jahr. Und da ist es tatsächlich so, dass ich noch mal wieder so ein bisschen Landwirt sein darf. Ja. Oder ja, wir haben jemanden da, der der Profilandwirt ist und von dem man eben dann lernen kann. Und das ist für mich total spannend, weil es eben eine perfekte Kombination ist, als Landtechnik-Unternehmer zu erfahren, was sind so die Needs von den Landwirten. Ja, da geht es um die Bodenbearbeitung, ja, das Thema Bewässerung. Landwirtschaft ist ja ein unheimlich komplexes, kompliziertes Thema. Und eine blöde Komponente, die wir nie beeinflussen können, das Wetter. Ja. So, und das ist eben so. Und was mich fasziniert sind eben einfach, wie unterschiedlich Böden sind und jeder Landwirt weiß, wie seine Böden sind und diese einfach maximal perfekt effizient vorzubereiten und zu sehen und am Ende das zu ernten, worauf man das ganze Jahr halt wartet. Und damit dann halt Geld zu verdienen und einfach seinen Hof am Laufen zu halten. Zockst du eher FIFA oder Landwirtschaftssimulator? Das war früher beides, 50-50. Hast du auch. Also hast du auch den Simulator gespielt. Ja. Der ist ja auch unheimlich kompliziert. Der simuliert ist ja wirklich. Ja, der ist wirklich gut geworden. Ja. Und ich habe auch gesehen, das gefällt mir sehr, dass New Holland da eingestiegen ist als Sponsorpartner. Genau, es gibt da ja mittlerweile Wettbewerbe. Ja. E-Sports im Landwirtschaftssimulator. Ja, es ist total geil, weil so bringst du eben auch die Landwirtschaft nah. Und das ist ja auch Thema, dass junge Leute, die damit nichts zu tun haben, wissen, woher kommen meine Früchte oder Gemüse, die ich irgendwie im Supermarkt kaufe und hoffentlich auch dann mal raufschaue, woher diese Produkte kommen und nicht nur blind einfach einkaufen gehen, was sicherlich leider manchmal so ist. Bei der riesigen Messe in Hannover, der Landwirtschaftsmesse? Architechniker, ja. Architechniker waren die Gewinner eines Landwirtschaftssimulators-Spiels eingeladen, die nicht mal Landwirte sind. Die hatten vorher nichts mit Landwirtschaft am Hut und haben da jetzt, ich meine, die waren aus Frankreich kamen, der eine kam aus Frankreich, der andere aus Japan, der andere aus Deutschland, der andere aus England, haben sich da zusammengetan über dieses Spiel und haben sich mit Landwirtschaft auseinandergesetzt. Das ist schon geil. Das ist schon cool. Kann ich nicht nachvollziehen, dass man sich da als Nicht-Landwirt somit befassen kann, weil es ja so unheimlich komplex ist und auch so weit weg ist, aber toll. Ja. Auf jeden Fall. Es spricht dafür, dass es Spiel gut gemacht ist. Auf jeden Fall. Dass es auf jeden Fall ein geiles Erlebnis ist. Vor allem, wenn es auch Landwirte selbst noch spielen. Ja. Dann ist das, glaube ich, die größte Bestätigung. Ja. Wobei, ich weiß nicht, wie viele Landwirte das tatsächlich noch spielen, weil du brauchst auch die Zeit dafür, aber ja. Dafür gibt es ja doch Maschinen, oder nicht? Dass man da wieder Zeit für hat. Ja. Ich glaube, die meisten spielen das lieber selber auf dem Trecker oder auf der Maschine. Ja. Ja. Es gibt genügend Landwirte, die da selber auch noch nicht nur im Büro sitzen, sondern auch noch selber. Noch mithelfen. Die die Hände schmutzig machen. Ja. Absolut. Das wäre jetzt eine Überleitung zum Fachkräftemangel, aber damit wollen wir vielleicht gar nicht anfangen. Aber es ist eben auch schwieriger geworden. Das ist oft auch Thema auf der Messe. Und da sage ich auch immer, wir müssen Menschen gewinnen, die Leidenschaft für Landwirtschaft und Landtechnik haben. So, und es ist ein Handwerk, also handwerklich im Service in der Werkstatt. Es ist ein Knochenjob. Ja. Und wenn man sich den gesellschaftlichen Wandel anschaut, was das Arbeiten angeht, liegt es nahe, dass nicht mehr so viele Menschen sich für die Landwirtschaft begeistern können. Deswegen diese Leidenschaft. Die müssen Bock haben auf Landtechnik. Ich hatte vor ein paar Wochen mit Dirk Luther, einem Gastronomen aus der Region hier, ein Gespräch. Da ging es genau darum, Menschen wieder für die Gastronomie zu begeistern. Er sagt, ja, die brauchen Leidenschaft. Da müssen wir die Leidenschaft wecken. Ja. Wie denn? Ja, das ist ein gutes Thema. Wir versuchen sehr viel Transparenz halt zu zeigen durch Social Media. Also mittlerweile 14.000 Follower auf Insta. Ja. Bin ich sehr stolz drauf. Ja, wo ist Heike denn? Ja, die läuft hier überall rum. Genau, angefangen sind wir mit den Storyfischern, die das Ganze ziemlich stark getrieben haben. Und also, ja, da kann ich nur ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Die haben einen ganz, ganz, ganz großen Anteil daran, dass wir da heute sind, wo wir sind. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das habe ich sogar auf der ARTE Techniker gehört. Euer Social Media Game, wie es heißt. Ein Typ bei Wüstenberg, die machen das richtig geil. Wir kriegen mittlerweile, also heute wieder, mein Vater hat gesagt, da fragen wir uns Lieferanten an, die sich mit unserer Marketingabteilung austauschen möchten, um irgendwie mal Insights zu bekommen, wie wir das alles machen. Und, ja, und jetzt, ja, das ist halt ein Thema, das transparenter zu machen über Social Media. Richtig. Ja. Aber das war nicht schön reden, sondern schon. Ein Einblick gegeben, natürlich nett dargestellt und gefilmt und aufbereitet, aber es bringt ja auch nichts, das irgendwie alles schön zu reden. Weißt du, was ich an der Sache so schön finde? Das war die Intention, warum wir es überhaupt gemacht haben. Mein Vater sagte am Anfang, nee, das brugt wir alles nicht, mit Facebook oder so. Das kannst du erst mal mucken. Ja, habe ich auch gemacht ein Jahr. Aber da habe ich gemerkt, nee, ich brauche jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Dampf dahinter. Das ist ja so ein Irreglaube. Social Media kann man ja nebenbei mal machen. Wird schon. Dann kannst du es auch sein lassen. Und das Schöne ist doch, dass wir transparent sind und zeigen, was für Menschen bei uns arbeiten im Unternehmen. Und die Bewerber, die zu uns kommen, die haben uns teilweise schon online gesehen und haben schon mal einen Eindruck bekommen. Das heißt, vielleicht ist auch die Hürde dann nicht mehr so groß da zu setzen. Ah, den habe ich schon mal gesehen und ich habe ihn schon mal gehört. Ich weiß ungefähr, wie er tickt oder wie auch immer. Ja, und so eben auch mehr Menschen zu gewinnen für das Unternehmen, für Bewerbungsgespräche. Man muss einfach mit Menschen in Kontakt kommen. Ja, und da ist das ein toller Einstieg. Ja, genau. Ja, Social Media in der Landwirtschaft, das geht teilweise echt viral. Also wenn man da auch erstmal bei TikTok oder bei Instagram in dieser Bubble ist, sich ein paar landwirtschaftliche Videos angeguckt hat, bekommt man ja auch weitere zugespielt. Das ist ja Fluch und Segen zugleich, dieses Algorithmus ist. Aber wenn man da erstmal drin ist, dann kann man sich wirklich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ja, absolut. Und es gibt genügend Agrarblogger, die eben auch in der Öffentlichkeit stehen, so wie Thomas oder auch Thilo eben, die den Plan B Podcast machen. Und da haben wir auch vor einem Jahr gesagt, das unterstützen wir, das finden wir gut. Und wir haben Meinungsfreiheit und nicht jeder muss vielleicht auch deren Meinungen teilen. Klar. Aber ich finde das wichtig, dass man seine Meinung sagt und ich finde das auch einfach gut manchmal, wie frei raus diese Meinungen von den beiden sind. Hammer. Und auch, welche Interviewpartner sie schon bekommen haben und das finde ich genial. Ja, dass sie dich mal bekommen haben, das ist echt gewaltig. Nein, aber wirklich, wer das noch nicht kennt, Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft, ist ein Agrarpodcast, eben unterstützt unter anderem von Wüstenberg und New Holland. Wo denn Thomas Andresen und Thilo von Donner über landwirtschaftliche Themen ganz intensiv und ausführlich sprechen, auch mit Gesprächsgästen. Hatten Werner Schwarz schon mal da, jetzt auch den Präsidenten des Bauernverbandes. Ja, genau. Joachim Rudwig. Genau, Rudwig, das war natürlich ein echtes Highlight, mitten in dieser Phase, Anfang des Jahres. Ja, eine sehr heiße Phase. Hammer. Und er war natürlich sehr präsent in der ganzen Demo-Phase. Der Phase, würde ich sagen, er mit seinem Hut auf, war er eines der bekanntesten Gesichter zu der Zeit in Deutschland. Ja. Das ist schon genial, dass man so einen wie Thomas hat und wie Thilo hat, der so ein Medium nach vorne bringen kann, ist natürlich super. Aber gut, zurück zur Tea Time, weg vom Plan B. Abschließende Fragen zu dir, ihr seid ja sehr präsent im Norden. Schleswig-Holstein, Meck-Pom, Brandenburg, glaube ich auch noch. Ja. Ich verbinde Bayern mit Landwirtschaft. Warum seid ihr da nicht? Bayern ist zu weit weg. Ja. Ist es. Ja, Bayern. Ich meine, das ist ja wie Nord- und Südpol. Ja. Nee, ich mag Bayern total gerne und ich glaube auch, dass Nordfriesen mit den Bayern matchen. In gewisser Weise. Ja, glaube ich schon. Wir kennen unsere Landwirtschaft, die heimische Landwirtschaft seit 100 Jahren. Und die bayerische Landwirtschaft kennen wir überhaupt nicht. Deswegen setzt man da nicht irgendwie einen Fuß in andere Bundesländer. Also, ja, wir bleiben in Norddeutschland. Da habt ihr euch einen Namen gemacht in den letzten 100 Jahren. Ihr habt jetzt noch viele, viele Jahre vor euch. Offensichtlich auch in guten Händen. Wann ist es denn soweit? Und wann gibt Holger denn das Zepter ab an Mommel? Tja, das ist eine gute Frage. Also, die Verantwortung steigt Jahr für Jahr. Und das ist auch gut so. Das ist eben ein Nachfolgeprozess. Genau. Habt ihr einen? Ja. Gibt es da einen Plan? Ja. Also, wir haben einen sehr guten Plan. Ja. Ich habe meine Bachelorarbeit über diesen Plan geschrieben. Ja. Und das war wirklich wichtig. Wir haben uns zusammengesetzt und haben einfach mal einen Zeitplan aufgestellt und uns gefragt, wie kann es aussehen? Mehrere Varianten. Ja. Und eine Variante ist sogar genauso eingetroffen, wie wir es eigentlich abgezeichnet haben. Ja. Und ja, also mein Vater wird jetzt 65. Ja. Dieses Jahr 65. Ja. Und ich glaube, er hat noch so viel Spaß daran. Den Eindruck hat ich auch. Auch mit voller Stolz irgendwie dabei zu sein. Also, er wird nicht mit 65 in Rente gehen, aber sich Jahr für Jahr rausnehmen. Und im Umkehrschluss wird Jahr für Jahr meine Verantwortung halt steigen. Und so unwahrscheinlicher wird es, dass du nochmals neun Wochen raus kannst, um die Welt zu erkunden. Genau. Erkunden. Das ist so. Ja. Aber du hast noch nicht alles gesehen, ne? Da war ja nur Hawaii und Neuseeland und Australien und Amerika dabei. Richtig. Dann gibt es ja noch mehr. Ja. Aber... Also neun Wochen ist schon Hardcore. Das ist auch noch was in der Rente. Das kriegt man nicht mehr so schnell hin. Ja. Trotzdem, wenn wir heute wieder über Work-Life-Balance oder mittlerweile schon über Work-Life-Integration sprechen. Ach guck mal, ich kenne Live-Work-Balance andersrum. Ja. Ach so. Aber dass man das miteinander vereint, wird es sicherlich auch für mich oder für uns möglich sein, auch mal wieder zwei Wochen sich rauszunehmen. Also, das Leben ist nicht vorbei. Vielleicht auch ein Appell so. Also, das Nachfolgethema ist ein riesiges Thema. Es gibt viele, die keine Nachfolge haben und Unternehmen werden dann aufgekauft und industrialisiert und das private, familiäre geht vielleicht verloren. Und ja, ich glaube, wenn man das in ein Gleichgewicht bringt mit einer guten zweiten Führungsebene, das ist wichtig. Also, ich bin es nicht alleine, sondern wir sind ein riesiges Team und 300 Mitarbeiter müssen gut gemanagt werden. Ja. Und da braucht man gute Führungspersönlichkeiten. Die haben wir. Ja. Genau. Und wenn wir sie nicht haben, dann machen wir wieder Social-Media-Werbung, dass wir gute Führungskräfte für uns gewinnen können. Es funktioniert. Ja. Das habt ihr schon festgestellt. Du zeigst mir jetzt gleich mal, Thema funktionieren, wie hier die Standheizung funktioniert. Ja, muss ich auch sagen. Muss auch sagen. Und dann gleich hier irgendwie dein Herbststurm, Tasse Tee. Direkt auch mal die Herbstplatte, wie die angeht. Ja. Und dann trinken wir hier schön Tee zusammen. Genau. Und letzte Frage, apropos Tee trinken. Ich wollte nämlich schon immer mal einen Tee mit dir trinken, Mumme. Das haben wir jetzt so quasi geschafft. Ja. Das holen wir gleich drinnen nach, vielleicht auch mit einem Bierchen. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Wenn ich könnte, würde ich mich gerne mal mit Jürgen Klopp unterhalten. Ja, der wird ja jetzt ab Sommer wieder mehr Zeit haben. Richtig. Warum? Bist du BVB-Fan? Nee, überhaupt nicht. Aber er kam mir irgendwie als Typ gerade so im Kopf. Ich weiß nicht warum. Aber seine Story. Also ich bin halt fußballbegeistert. Aber auch Coaching finde ich sehr interessant und sein Weg einfach nach Liverpool und seine Story. Und ich glaube, er strahlt irgendwas aus, was er mit seinen Spielern macht. Ja. Muss. Was andere vielleicht nicht so können. Und er muss auch unheimlich viel Ahnung natürlich vom Fußball haben. Ja. Aber ich glaube, diese andere menschliche Komponente, die ist stark ausgeprägt. Da hätte ich Lust, mich mal mit ihm zu unterhalten, wie er das so macht. Ich glaube, er ist öfter mal auf Sylt. Vielleicht kannst du ihn da abfangen. Er wollte ja mal, als er mit Mourinho und zusammen in der Premier League unterwegs war. Mourinho wird als Special One bezeichnet und Klopp als The Normal One. The Normal One, ja genau. Ja. Spannend. Einfach frei Schnauze, authentisch. Ja. Das ist vielleicht auch was. Ja. Ich fand ihn in Dortmund, auch weil ich kein BVB-Fan bin, immer ein bisschen drüber. Ein bisschen too much. Ja. Ja, also authentisch. Aber so ein bisschen wie hier, wie Baumgart und so. Einfach irgendwie ein bisschen drüber. Ja. Von den Emotionen einfach. Genau. Ist ja schön zu sehen und zu haben. Aber das hat er, glaube ich, er ist, glaube ich, auch erwachsen geworden. Ja. Aber immer diese freie Schnauze. Beigeblieben. Auch wichtig. Diese Meinung einfach. Ja. Und das finde ich gut, wenn Charaktere in der heutigen Zeit einfach wirklich, ehrlich sind. Ja. Und den Mut haben, ihre Meinung zu sagen. Nicht so gekünstelt. Obwohl sie vielleicht wissen, sie kriegen viele Gegner dadurch. Absolut. Aber das heutzutage zu machen, finde ich einfach gut. Ja. Ja, gut. Mommel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz nach deiner Rückkehr, kurz vor deinem Geburtstag und hier bei eurer Messe. Ich wünsche auch schöne Messetage. Vielen Dank. Dir alles Gute. Es war mir eine Ehre. Mir ebenfalls freut mich sehr, dass du Gast in meinem Wohnmobil gewesen bist. Das nächste Mal, wenn du hier sitzt, ist es auch warm. Ja, das wäre schön. Das hört ja schon mal zu. Ja. Und vielleicht sehen und hören wir uns ja im Zuge des 100-jährigen Jubiläums im Jahr 2025. Würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS Tea Time mit Momme Wüstenberg. Vielen Dank. Vielen Dank.